Ja, hier ist euer Propagal wieder. Heute mit einem Video von den Schnapshot 15w32. Heute zeige ich euch mal, ich bin in eure Welt hochgeladen und ihr werdet mal sehen, was hier im Winter heute ist. Es ist Eis, wo da oben ist. Das ist neu. Dann gibt es auch neue Steine, die kann ich euch nochmal vorführen. Wo gehen wir denn mal hin? Wir gehen jetzt mal hier hin. Vielleicht mal neue Steine vor. Diese Blöcke gibt es seit neun auch. Einmal, ich stelle die erstmal hier hin. Dann haben wir einmal diesen Purpur Block, dann Purpur Pilar, dann Purpur Treppen und Purpur Starb. Das sind die neun, die es genau gibt. Weiche eigentlich. Das werden wir dann mal sehen. Dann gibt es noch ein Endstone Breaks. Das heißt, kann man glaube ich kräften, indem man einen normalen Endstone hier mal nimmt. Wir werden jetzt weiter mal testen. Wir stellen mal einmal einen Punkt auf. Kann ich nicht nehmen. Egal. Dann machen wir mal weiter. Machen wir mal was neues gibt. Dann gibt es ein Tragunghirt. Kann man dann anziehen. Zum Beispiel. So. Ihr seht ja. Ich habe jetzt hier im Kopf. Sieht cool aus. Dann gibt es. Jetzt öffnet sich das Handwerk. Jetzt kann man mal probieren. Also so ist es. Irgendwie. Ja. Okay. Wir brauchen natürlich. Einsteine. Über einen. Moment. So. Nummer 8. Hakt es hier ein bisschen. Aus dem kann man dann die Pricks machen. Aus diesem Endstein macht man diese Pricks. So. Einfach Kitas. Und. Gucken wir mal. Was es noch so neues gibt. Dann gibt es ein. Diese Sachen hier. Also. Also. Es hakt ihr euch. Es ist. Aber es ist noch ein bisschen ausgehabt. Weil es hier ja gerade neu ist. Und. Es setzt sich jetzt auch mal auf den Boden. Wenn ich es kann. Wenn ich es nicht bewegen kann. Leider kann ich mich nicht bewegen. Also. Hier haben wir einmal das da. Das ist eigentlich. Ich glaube ich muss mal kurz Mannschaft. Wieder neu starten. Weil irgendwie. dauert es zu lang. Ja. Ja. Leider kann ich euch den Rest nicht zeigen. Äh. Weil. Leider dieses. Gehängen tut. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn ich dann. Wenn es hier wieder. Laufen tut. Bis dann. Bis dann. Bis dann. und euer Polo Band. Vielen Dank.